Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Busse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden näher angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Feindländer! 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 Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt ihr Armee im Kehrt machen! Dann entblüßen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht! Ich bleibe in der Hauptstadt. Es kann und darf nicht sein, dass diese Kulturen uns im Besten in Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Monke, das ist ein... Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Randstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungswirts. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Mein Führer, bei angebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll es den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die... Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen, wo wir uns im Besten in Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Ich, Fisch, 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 Fisch. Mein Führer, ist die 9. Armee verloren. Wir werden die... Fisch. Dann soll die Armee fährst machen. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Starnsdorf wird das Kreis in Ordnung kommen. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Feigelei! 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 Das sagen ausgerechnet Sie, nörpotonist, rücksichtsloser Karrierist. Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt.